Ja, hallo, hallo. Ich hoffe, ihr seid nicht so müde wie ich. Warum ich müde bin, ist ganz klar. Ich war bis heute Morgen unterwegs in Göttingen an der Uni. Da gab es nämlich die Silvesterparty von HA3. Rund 10.000 Leute haben gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Wir hatten vier Bühnen aufgebautener Oli-Bühne mit Oldmaster Reimann. An der Hauptbühne waren Matthias Münch zugange mit Thomas Koshwitz und Frank Seidel. Dann gab es noch eine Live-Bühne mit Roger Chapman, der da gespielt hatte. Rudolf Rock und die Schocker und auch ein paar andere Schocker. Und dann gab es natürlich die Club Night Bühne. Und dort, dort haben wir aufgenommen, was ihr jetzt in den nächsten drei Stunden hört. In der Reihenfolge ihres Auftretens. Sven Feth, DJ Armin aus Kassel und DJ Duck. Und Sven Feth, der hat den Anfang gemacht und hat die betuliche Göttinger Uni gleich in ein Tollhaus verwandelt. Wie? Das hört er jetzt. Also hier spricht der Sven auf der hr3 Club Night Bühne. Einen schönen guten Abend. Los, 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 los geht's hier. Und nicht rumstehen, tanzen. Wenn du schon mal, dann sieht's ein paar Mädchen. Ja,itson das, wir són probeert. Und dann kommt das mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Are you ready? Are you ready? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 HR 3 Silvester Party In Göttingen In Göttingen In Göttingen In Göttingen In Göttingen In Göttingen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Respekt I want a little respect Yes, yes, yes Yes, yes, yes I want a little respect 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 Ich will ein wenig Respekt! 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 Mach doch nix! DJ Armin aus Kassel live aufgenommen gestern Abend bei der H3 Silvester Party in Göttingen an der Uni und Armin wird hier noch zugange sein bis kurz vor 11 und danach noch bis Mitternacht DJ Duck in der H3 Club Night 22 Uhr und 30 Minuten H3 Radioservice A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Darneburg und Hildesheim Fahrbandsperrung wegen Bergungsarbeiten 3 Kilometer Stau Umleitungen ab Darneburg über die U25 und in den Höhenlagen von Nord- und Mittelhessen Straßenglätter durch Schneefall und überfrierende Nässe in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern gebietsweise Behinderungen durch Straßenglätter in Niedersachsen, Baden-Württemberg und wilde Märetchen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit für Acid Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Get ready for this. And they banned the racism fires, playing the racism cards just like they do when they want to crack down on rock and roll. Can you imagine the mass outrage if this kind of stuff ever really got out? I'll see you next time. I'll see you next time. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.